Herr Bayer, einer der weiteren Vorteile ist die Möglichkeit einer freien Kapitalanlage innerhalb dieser Unternehmenskasse oder der kumulierten Gelder. Wie funktioniert das? Ja, die freie Kapitalanlage, die freie Kapitalanlagemöglichkeit ist in Sicherheit einer der ganz großen Vorteile der Pauschal- und Dirken-Unterstützungskasse. Gerade wenn wir unsere heutige Zeit anschauen und vergleicht mit einer klassischen Versicherungslösung. Hier wird auch überwiegend in Staatspapiere, in Papierschuldverschreibungen investiert. Die freie Kapitalanlagemöglichkeit, die gewährleistet einerseits die Anlage im eigenen Unternehmen, dann wiederum natürlich in Vorratsvermögen, in verschiedene Maschinen, Anlage, in Produktionsfaktoren und letztendlich auch die freie Kapitallage am Kapitalmarkt, was in der Regel höheren Bestandssicherheit und auch höhere Renditen gewährleistet. Also es ist für Sicherer mit der Notwendigkeit, in Staatspapiere zu investieren, überhaupt darstellen können.